Grüß dich, ich bin der Melanchol und heute noch einen Tag an 6 Fuss und ich hab gleich mal gefragt, wie findest du das nächste geile Wetter? Und ich find's dann wieder recht lässig. Und ich hab euch ja gesagt, mein Schwager hat auch den Skoda gekriegt, aber der geht sogar besser als alle. Ich hab gesehen, weil er leichter ist und darum geht er bis. Der hat 350 PS, glaub ich, soll ich etwa. Ja, mein Schwester hat viel Spaß damit. Oh, übrigens, heim war ich bei der Frau Doktor gesunden Untersuchung. Ja, ich hab da was. Ja, ich hab da was. Felix, du bist herzlichen. Ah, und ich krieg ja auch so mit. Wird euch bist man, bleibt es klar. Waaah, waaah, waaah. Waaah, waaah. 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 Magst du das so? Waaah, waaah. Waaah, waaah. Ja, ich bin ein Mann. Ja, ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann.